Oder Kneipe, was man sehen muss. Lass uns doch mal schauen, was ihr so könnt. Guten Tag. Hallo, hallo. Marineheim, mitten in Schwaben. Also ich bin mal aus Hamburg, ne? Und hier? Marineheim kommt eigentlich von Marinevereinen her. Das ist ja damals so vorgegangen, was da Bundesmarine, Handelsmarine usw. Achso, das ist tatsächlich noch so geschichtlich vergründet. Richtig, ja. Ich habe hier ein Marineheim und dann muss ich ein Konzept verfolgen und dann muss es hier auch so aussehen. Besser Atmosphäre von den gemütlichen ersten Mal hast du dich. Hast du den Raum so eingerichtet und renommiert oder hast du ihn so übernommen? Geschrieben und so, die Fahrräder oder die Einrichtung, das war halt schön. Man hat da einfach probiert aus nichts irgendwas zu machen, aber es ist einfach nicht gelungen. Es ist optisch einfach ein Tiefspieler. Auch wenn die 60 Sitzplätze meist ungesetzt sind, muss sich Alleinkopf-Denning 6,5 Tage die Woche in die Riemen legen. Entsprechend groß ist der Druck, der auf ihn lasst.